Werden Menschen immer intoleranter auf den Straßen? Hände hoch, ja. Wenn einer zu blöd war oder so, hat er einen auf die Nase bekommen und dann war gut. Was ich hier wieder nicht auf die Schnur kriege, ist, wenn der Fahrlehrer ohne Fahrschüler fährt und der kann dann nicht blinken. Dann gehe ich ab wie ein Zäppchen. Ja? Ja, ja. Kenne ich auch noch einen. Also die Jungs hole ich raus dann. Ja, krank. Sehr schön. Dazu kann ich dann sagen, da sitzt mir genau der Richtige gegenüber. Ja, Tag auch, lieber. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Wir haben heute eher so Themen, wo man auch wieder viel Subjektives drin hat, jeder für sich. Ja. Und wo man aber auch herrlich geteilter Meinung sein kann. Wahrscheinlich. Da bin ich gespannt. Also die Vorgabe kam ja hier wieder von hinter der Kamera. Es geht um Verhalten im Straßenverkehr. Es geht um, ob die Fahrschüler immer schlechter werden heutzutage, weil viele durch die Prüfung rasseln. Lauter solche Geschichten, die aber vorrangig eben mit dem Straßenverkehr im ganz Allgemeinen zu tun haben. Ja. Was aber auch andere Themen noch sind. Also wenn wir nachher noch zu den Uniformierten kommen, die spielen ja nicht so großartig rein. Nöblichstens auf der Flucht oder was. Genau. Das, was öfter mal vorkommt. Ja, du hast es gesagt, werden Fahranfänger immer schlechter. Also da muss man fragen, wo oder wie. Und die Fahranfänger sind mit ganz anderen Sachen konfrontiert. Nöblich. Nöblich. Okay, so alt bin ich jetzt auch wieder noch nicht, aber wir hatten 1950, gut da hatten wir auch noch deutlich weniger Straßen, aber so viel weniger auch wieder nicht. Da kamen auf 1000 Bundesbürger 19 Pkw. Motorradanzahl habe ich jetzt nicht gefunden. Aber das macht ja auch mehr Verkehrsdichte aus als alles andere. 2019 waren es pro 1000 Einwohner 569. Ja, schon ein bisschen. Das ist natürlich eine, und ich habe mich auch mit dem Fahrlehrer noch unterhalten, extra deswegen, weil, wann war ich zuletzt in der Fahrschule, lang ist es hier. Ja. Und der hat gesagt, es ist einfach ein himmelweiter Unterschied, ob du zum Beispiel in einer großen Stadt einen Führerschein machst. Er sagt, in Hamburg kommen die Leute oft nicht mit weniger als 40 Fahrstunden aus. Da habe ich mir den Ohr gesteigert. Ich habe Moped 3 und Autonome gehabt. Aber dieses komplexe Verkehrsgeschehen ist in der Stadt eine ganz andere Nummer. Ja, was ist heute los? Ja. Und dann hast du ja sowieso schon deine Pflichtstunden. Zwölf, hat er mir gesagt, glaube ich, im Moment. Und dieses ganze Aufeinander, auch dieser kleine Krieg, der ja gerade zur Rushhour herrscht. Ja. Was ist immer los, wenn einer die Kreuzung, oder nicht nur einer, also die Hamburger können das bis heute nicht, die Kreuzung frei halten, wenn sie sich das schauen. Das ist wahrscheinlich nicht nur in Hamburg so. Ja, gut. Und mit solchen Dingen müssen die auch klarkommen. Und das sind Sachen. Und dann auch noch 20.000 Verkehrsschilder. Vielleicht noch ein Navi, was dich vollbläht. Das ist mehr Herausforderung, als wenn du jetzt irgendwo auf einem platten Land im Dorf einen Führerschein machst. Vollkommen richtig. Ich habe hier so eine Statistik, weil ich kenne aktuell niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie Fahrschule macht, um den vielleicht, dass ich den hätte fragen können. Und mit einem Fahrlehrer habe ich nicht Kontakt aufgenommen. Das passiert demnächst. Vielleicht können wir ja schon mal Ausblick auf ein neues Video geben. Da werden wir uns mit einer Fahrschule treffen. Aber das passiert eben erst. Ach, hast du auch in Planung? Ja, Tatsache. Und dann kann ich vielleicht im Nachgang noch mal ein paar Fragen stellen zu unserem heutigen Thema. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe hier so eine Statistik, die habe ich mir wirklich aus dem Internet gezogen. Und da braucht man auch gar nicht groß drauf umreiten. Aber was man hier sehen kann, dass es in Bundesländer unterteilt. Und da geht es um die Durchfallquote. Also nicht Diarrhoe. Ich wollte gerade sagen, also Datenverstimmung. Nein, 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 nein. Es geht hier tatsächlich im Vergleich 2019 zu 2020. Und wenn man das jetzt hier so sieht, also Hamburg, weil du es ja gerade gesagt hast, Durchfallquote 2020 45,9 Prozent der Fahrschüler fallen durch die praktische Prüfung. Die Hälfte, also knapp die Hälfte. Das ist wirklich viel. Das ist heftig. Schleswig-Holstein erstaunlicherweise, davon wiederum die Hälfte 24,8. Bayern 24,9. In Bayern gibt es auch große Städte, aber dann ist vielleicht, die Quote zieht vielleicht wirklich die ländliche Bevölkerung wieder natürlich dann entsprechend hoch. Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nicht weiter geforscht, aber es ist krass, wie das auseinander geht. Das ist wirklich richtig heftig. Das bestätigt ja, was du mir gesagt hast. Genau. Und dann habe ich nochmal ein bisschen nachgeguckt, warum ist denn das unter Umständen so? Also das eine hast du gerade eben schon gesagt. Es gibt aber wohl auch, ohne jetzt auf den Migranten oder sowas rumzuhacken, aber es gibt wohl auch dadurch ein großes Verständigungsproblem in der Fahrschule. Und das wiederum heißt, dass eben, wenn Deutsch dann eben nicht die Muttersprache ist, es vielen auch entsprechend schwer fällt, dann mit diesen Prüfungsunterlagen und so weiter zurecht zu kommen. Also in der theoretischen Prüfung schon mal und obwohl die in einigen Fahrschulen schon in zwölf verschiedenen Sprachen ausgegeben werden, das aber trotzdem nicht geil ist und die Durchfallquote schon bei der theoretischen Prüfung wohl sehr, sehr hoch ist. Und auch diese kulturelle Gegebenheit und da ist mit Sicherheit was dran. Ein Kind, was heute aufwächst, weil du gerade sagtest, Hamburg, Schilderwald, hier ein Schild, da ein Schild. Da wirst du schon als Kind, als Heranwachsender so ein bisschen sensibilisiert. Du weißt, Mensch, was es da alles geben kann. Wenn du aber aus einem anderen Kulturkreis kommst, wo es das nicht gibt, dann bist du noch mal unter Umständen umso mehr überfordert, wenn du dann eben hier in Deutschland die Fahrschule machst. Ist das irgendwo verbrieft, dass tatsächlich Migranten diesen Unterschied hauptsächlich ausführen? Diese Quote tatsächlich hochziehen, tatsächlich. Weil eben genau, also in erster Linie ging es um die Sprachschwierigkeiten und da macht es eine Menge aus. Und das geht dann natürlich in erster Linie um die theoretische Prüfung, weil die einfach mit diesen Prüfungsunterlagen nicht klarkommen. Und da gibt es was zu verbessern, würde ich sagen. Ja, sicher. Weil die sind ja nicht alle du. Aber ich will das jetzt nicht auf die schieben, grundsätzlich. Das war nur eine Begründung von vielen. Nein, es stimmt da einfach in unserem System irgendwas noch nicht so. Ja, verstehe. Also da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das so viel ausmacht. Das dachte ich eben auch nicht und fand das sehr interessant, das zu lesen. Und das andere ist, das hat allerdings dann eben online auch ein Fahrlehrer da geschildert, dass die Bereitschaft dann eben auch für die Prüfung, ist natürlich dann in erster Linie die theoretische, zu lernen und sich da mal hinzusetzen und so weiter und so fort, die ist bei der, auch wenn es jetzt pauschal klingt, aber bei der heutigen Jugend wohl deutlich geringer. Das heißt, die sind ständig und ich glaube, das kann man mit Sicherheit auch zugeben und einsehen, von vielen Dingen ringsherum abgelenkt. Da das Handy, da das Handy und da sich dann wirklich mal konzentriert für eine Stunde oder was auch immer hinzusetzen, die Bögen auswendig zu lernen, das passiert heute so nicht mehr. Und dann ist es so ein bisschen Try and Error, das stand da mit drin, dieses ich versuche es mal und dann gibt es den einen Helden, der es geschafft hat, weil er zufälligerweise richtig getippt hat. Wir reden jetzt von der Theorie und der Nächste, der rasselt halt durch und dann halt nochmal. Kann das auch damit zusammenhängen, dass, also ich bin ja zu einer Zeit vorjährig geworden, da war ein Moped, also das Auto sowieso noch Status Symbol Nummer 1 für die meisten, aber ein Moped war eben, wenn du da Bock drauf hattest, dann warst du da fanatisch hinterher. Also da durch die Prüfung fallen, um Gottes Willen, dann kannst du ja noch später anfangen zu fahren. Es fällt einem ja jetzt schon Jahre schwer, auf das Moped nicht drauf zu dürfen, weil du einfach noch zu jung bist. Also ich habe es mit allen Mitteln verhindert. Und klar, für die jungen Leute heute ist, ob das jetzt ein Moped oder ein Auto ist, glaube ich, ist das ein ganz anderer Stellenwert. Ja, viele, ich habe es so oft gehört, gerade in den letzten Jahren, von jungen Leuten, Hörerschein, wozu brauche ich die? Ja, gut, liegt auch an der Infrastruktur, die wir in den Städten nun mal halbwegs haben. Es ist selbst ländlich teilweise einigermaßen gut geworden. Also es wird immer Ausnahmen geben, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, jetzt mal eine Frage an dich, also du hast es ja gerade schon angedeutet. Das heißt, du hattest damals einfach Bock auf Motorradfahren. Ja, natürlich. Du warst angefixt schon von Kindesbeinen an wahrscheinlich. Richtig. So, und dann gab es für dich gar keine Option, der Motorradführerschein muss her? Ich konnte ja seit meinem 10. Lebensjahr auf Privatgelände und auch nicht ganz Privatgelände auch mal. Und das habe ich natürlich gemacht, so oft ist es irgendwie. Und was meinst du, was das für lange fünf Jahre war, bis ich zumindest mit einer Mova durch die Gegend eiern konnte? Okay. Also du hast mit zwei Rädern angefangen, irgendwann hast du einen Autoführerschein gemacht und Motorrad war dann sowieso mit? Der Autoführerschein kam später, weil ich eigentlich gar kein Auto fahren wollte. Aber das habe ich auch schon an anderer Stelle mal erzählt. Also irgendwann ist einfach, da lernst du bei Glatteis, ja, ein Moped mit 220 Kilo. Das ist Physik außerdem so scheiße kalt. Schneematsch vom Moped ist auch nicht so schön. Und dann habe ich mir dann auch so eine gummibereifte Kasperbude gelernt, ja. Alles klar. Ja, also das waren so die Hauptgründe, die ich jetzt genannt habe. Aber also einmal die Sprachbarriere und auch diese mangelnde Konzentration, nenne ich es jetzt eben mal, die dafür sorgen, dass die Durchfallquote eben heute deutlich höher ist. Habe ich eine Frage an dich. Wie geht es dir? Denk mal zurück so, wie weit kannst du zurückdenken? Schauen wir mal. 20 Jahre? Sollte funktionieren. Naja, einfach so weit du kannst. Wenn andere Verkehrsteilnehmer aufgeregt haben, natürlich in erster Linie der Autofahrer. Ja. Und ich bin einer, ich gucke da gerne rein. Was für ein Waddel war das jetzt? Ja, ja, ja. Das habe ich früher auch schon gemacht. Was für Leute siehst du da? Hast du da bestimmte Spezies, die rausstehen? Nee, querbeet. Tatsächlich querbeet, finde ich. Ich muss aber auch erstaunlicherweise, und du weißt ja, dass meine Schmerzgrenze sehr gering ist bei irgendwelchen Verfehlungen im Straßenverkehr. Ich habe das dir hier schon mehrmals bekannt gegeben. Ja, ja. Deswegen gucke ich auch sehr häufig in andere Autos und da begegne ich jedem. Also vollkommen wurscht. Also früher war es tatsächlich so, das ist meine rein subjektive Wahrnehmung, aber ich bin viel gefahren und habe das eben oft genug erlebt, als dass ich behaupten kann. Immer wenn so Sachen waren, wo du so einen beinahen Unfall hattest oder irgendeiner sich echt, wo du gedacht hast, wo hat der seinen Lappen her? Ich weiß, jetzt kriege ich gleich Klopp. Es ist egal, was du sagst, es wird für irgendjemanden immer falsch sein. Dann waren das entweder Rentner mit Hut, die dann auch die Klorolle und den Wackeldackel hinten drin hatten. Das Klischeebild, jawohl. Ja. Oder Frauen. Da wusste ich, dass das jetzt kaum zu sagen ist. Traum mich kaum, das zu sagen. Ja, ich weiß. Bei mir ein ganz anderes Bild, ohne Scheiß. Das hat sich gewandelt. Okay. Das hat sich gewandelt. Ich sehe immer häufiger, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass da, wo ich denke, ja, da ist ein Opa drin, der sieht nichts mehr, der kann die Spur nicht mehr halten, weil er die weißen Striche nicht mehr erkennen kann. Und dann fährst du da vorbei und denkst, der ist höchstens 20. Da sitzt so ein Knabe drin und gar nicht unbedingt hier mit einem Datteln oder so, sondern ein bisschen verplant vielleicht. Ja, irgendwo ist er, aber nicht im Straßenverkehr. Aber jetzt hast du ein Thema genannt. Ich sage dir auch gleich, wen ich das so sehe. Aber diese Ablenkung, ich sprach ja gerade schon davon bei dieser Prüfung, dass man ständig vom Handy abgelehnt ist oder beim Lernen für die Prüfung. Heutzutage ist es ja tatsächlich so, das Handy im Auto ist immer noch verboten, also zu bedienen, aber die Entertainment-Systeme im Auto, die geben es ja im Endeffekt her, das Handy da anzuklöppeln und auf dem Display kann ich aber rumdrücken, wie ich wild möchte. Ist das nicht unfassbar, was allein in so einem Golf heutzutage für ein Cinemax-Kino vorne drin ist? Und davon, denke ich, lassen sich immer noch sehr, sehr viele ablenken. Und dann kommt natürlich eine WhatsApp rein, das wird natürlich auch auf diesem Display einmal angezeigt. Vielleicht macht es auch noch Bing irgendwie und dann muss ich mir die vorlesen lassen oder was auch immer, was ich da tun kann. Und das wird weiterhin, das wird ja auch nicht weniger, ganz im Gegenteil, das wird weiterhin für Ablenkung sorgen. Ja, und du hast ja auch fast keine anderen Knöpfe mehr am Armaturenbrett. Das ist jetzt auch, in irgendwelchen Menüs und Untermenüs kannst du da noch die Lüftung und so, das halte ich für, wenn du deine Karre kennst, dann weißt du, Lüftung laut und leise vom Radio oder so, oder hat man ja heutzutage meistens schon im Lenkrad. Aber wenn ich da erst auf so einem Display, warte mal, ich muss jetzt, Erlüftung war hier Punkt drei. Vorher hatte ich die Finger anfeuchten und an der Rüder geschoben. Ja, genau. Genau, einmal umblättern bitte. Genau das, genau das. Da sind wir jetzt natürlich absolut, obwohl das hier ja eigentlich ein Motorradpodcast ist, voll im Autothema. Aber da passiert das meiste. Das ist ja das, was uns umgibt, wenn wir unterwegs sind. Richtig, richtig. Ja, ich denke, deswegen ist es auch gestattet. Und die meisten von uns Mopedfahrern, die meisten haben ja auch noch ein Auto. Also wir sind ja meistens auch tatsächlich Autofahrer, das stimmt eben. Und der Straßenverkehr verbindet beide. Deswegen ist es scheißegal. Ich wollte es nur nochmal sagen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich auf diese Fahrerplätze gucke, wenn ich in andere Autos reinschiele, querbeet. Also bei mir querbeet, aber weil auch meine Toleranzschwelle so niedrig ist. Das gebe ich offen zu. Ja gut, wenn du natürlich, wenn einer nur den Kopf nicht richtig hält. Na, das ist es nicht. Aber, und ohne Scheiße, ich habe mir auf Vorbereitung, auf diesem Podcast, in Vorbereitung, was auch immer, ich habe hier tatsächlich ein Plädoyer aufgeschrieben. Total krank. Aber das ist mein Kopf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es vorlesen soll oder nicht. Ich, äh. Pass mal auf. Warum mir tatsächlich dieser Straßenverkehr und ein, Achtung, Fehlverhalten, wie auch immer man das interpretiert, warum mir das immer so auf den Sack geht. Und das ist für mich deswegen so, weil Straßenverkehr für mich so dieser kleinste gemeinsame Nenner der sozialen Interaktion ist. So habe ich das aufgeschrieben. Weil, also ich bin persönlich jemand, ich weiß nicht, der hat mich Corona nicht dazu gemacht, aber Corona hat es mir nochmal ein bisschen besser vor Augen geführt. Ich brauche das nicht, dass ich mit Menschen im Gedränge stehe. Das ist beim Konzert was anderes. Aber so, dass ich Menschen in der Stadt, in irgendwelchen Einkaufszentren, in Schulter an Schulter so begegne, da bin ich kein Fan von. Diese Abstandsregel von Corona, die könntest du von mir aus ein Leben lang beibehalten, bin ich ein großer Fan davon. Nur mal so. So, und das bedeutet für mich, ich kann mir Begegnungen gezielt heraussuchen. Ich kann sagen, ich gehe heute ins Schwimmbad, ich fahre heute ins Schwimmbad, dann weiß ich, was da auf mich zukommt. Wenn ich zum Konzert gehe, weiß ich, was da auf mich zukommt. Nicht unbedingt. Ich weiß aber, worauf ich mich einlasse, sagen wir es mal so. Das werden auf jeden Fall mehr als drei Leute sein, das meine ich damit. So. Diese Begegnungen nehme ich dann gezielt in Kauf. Aber, und das ist, wie gesagt, das ist mein kranker Kopf. Auf dem Weg dahin habe ich einen Kontakt, den ich nicht vermeiden kann. Nämlich auf dem Weg dahin, ob ich jetzt und meistens dann irgendwie auf der Straße im Auto unterwegs bin, begegne ich anderen Menschen, die ganz woanders hinfahren. Aber sie sind mit mir dann in diesem Straßenverkehr unterwegs, in einer gemeinsamen Situation. Und da ist in meinem Kopf eben dieses Ding drin, dass ich ganz einfach sage, was dann Rücksichtslosigkeit angeht, der anderen, wo man ja miteinander mehr oder weniger sich da bewegt. Man muss ein bisschen tolerant sein, dem einen vielleicht mal ein bisschen was zugestehen und so weiter und so fort. Und wenn man aber da einen, und ich sage es jetzt so, Scheiß zusammenfährt, es nicht schafft, das habe ich hier schon mehrfach erwähnt, diesen Blinker zu setzen, anständig zu parken. Und das sind so Dinge, wo ich sage, dieser kleinste gemeinsame Nenner, wo wir uns alle zwangsläufig, sage ich eben, begegnen, das muss irgendwie möglich sein. Ob einer zu Hause Drogen vertickt oder sich Filme aus dem Internet runterlädt, illegal. Das ist mir egal, da bin ich nicht dabei. Aber im Straßenverkehr begegne ich diesem Typen. Und da will ich, dass es einfach irgendwie funktioniert. Und da ist meine Hemmschwelle relativ gering. Das sorgt dafür, dass ich in viele Autofenster gucken muss, durch viele Scheiben und dann aber auch jeden sehe. So, das nur mal so. War viel, ich weiß. Aber das ist mein Kopf. Ich versuche, ich stelle mir dich jetzt einfach mal so, ja, City, so Rush Hour oder. Hacke ich gleich ein. Ich kann mich aber an Fahrsituationen anpassen, wenn Rush Hour ist und in der Stadt dann eben was los ist. Ich passe meine Gedanken aber auch der aktuellen Fahrsituation an. Das kann ich schon. So ist es nicht. Es ist natürlich typischerweise auf der Autobahn, du kommst links angeblasen und es zieht einer raus. Warum? Weil er wahrscheinlich noch nie schneller gefahren ist. Ich könnte auch so tolerant sein und sagen, ja, der weiß es einfach nicht besser. Mir geht es auf den Sack. Natürlich. Mir geht auch einiges auf den Sack. Aber mich würde noch interessieren, wenn du das jetzt so schon hier thematisierst. Deine Hemmschwelle ist niedrig. Hemmschwelle zu was? Was droht den anderen Verkehrsteilnehmern? Gar nichts. Meine Hemmschwelle, mich aufzuregen. Also, dass ich Dinge durchgehen lasse. Ich möchte ja im Endeffekt darüber hinwegsehen und sagen, mein Gott, dann lass ihn halt fahren. Lass ihn machen. Kann ich aber nicht. In dem Moment regt mich das tierisch auf. Natürlich wird da auch mal gehupt oder es gibt eine Lichthube oder sonst irgendwas. Was will ich sonst machen, wenn er weiterhin da unterwegs ist? Es gibt auch teurere Gesten. Natürlich. Die gibt es mit Sicherheit. Also, Stinkefinger angeblich bis zu 4.000 oder 5.000 Euro. Ja. Das wird mir nicht passieren. Also, natürlich könnte es sein, dass derjenige mich hört. Trotz meiner geschlossenen Kabine. Das passiert dann, dass es einfach ein paar Lautäußerungen gibt, aber das hilft dem ja auch nichts oder sonst irgendwas. Am Ende ärgere ich mich oftmals selbst über meine Reaktion. Das weiß ich. Und ich muss aber auch sagen, dass das jetzt aktuell, wir sind ja immer noch bei den gestiegenen Benzinpreisen und so weiter und so fort, wo ich auch ein bisschen Piano fahre. Also, nicht immer. Aber ich auch festgestellt habe, dass es eine ganze Menge Verkehrsteilnehmer wirklich auch tun. Ich muss jeden Morgen zur Arbeit über die Autobahn, 60 Kilometer. Und dann merke ich das. Dass da deutlich zurückhaltender gefahren wird, entspannt mich auch wieder. Ja, ich war die letzten Tage in Bremen und auch in Köln. Das merkst du. Absolut. Und da ist es gerade wieder deutlich geiler. Also, das stelle ich auch fest. Es ist ja überhaupt so eine Sache, was die ganzen Verfechter der Richtgeschwindigkeit oder Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen vorbieten seit Urzeiten. Wenn wir angenommen, wir hätten 130, dann wäre der Verkehrsfluss deutlich geschmeidiger. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Opfer bringen wollen würde. Ich möchte es auch noch nicht. Ich stelle auch fest, dass es funktioniert. Auch wenn man sich selbst mal dazu zwingt. Und wir hatten ja letztens in unserer letzten Folge dieses sinnlose Zubehör, den Tempomaten zum Beispiel auch. Ich habe einen im Auto. Und du hast gesagt, du hast auch einen im Auto. Hast du noch nie benutzt. Weiß gar nicht, wie es geht. Ich benutze meinen häufig, wenn ich genauso mitschwimmen möchte. Weil das erstaunlicherweise, weil aber mein Auto auch diesen Abstandshalter hat. Ich muss nicht bremsen. Das funktioniert. Und wenn ich dann auch im Auto auf dem Heimweg zum Beispiel noch telefoniere, dadurch ich auch unbewusst, weil es mich gar nicht interessiert, hinter einem LKW herschleiche. Einfach, weil ich durch das Gespräch mich gar nicht auf den Verkehr schon konzentriere, damit nichts passiert. Fährst du der Wand hinterher? Genau. Und dann feststelle ich, scheiße, ich bin ja doch schon zu Hause. Irgendwie ist denn das passiert. Da merkt man erstmal, wie wenig dieses Schnellfahren eigentlich bringt. Trotzdem, Achtung, ich fahre verdammt gerne schnell. Das möchte ich deswegen. Ja, da kann ich mich auch nicht von da raus nehmen. Haben wir das? Nee. Das Thema ist natürlich jetzt ein bisschen verfehlt. Aber am Ende... Nee, ist überhaupt nicht verfehlt. Das war unser nächster Punkt. Dazu kann ich dann sagen, da sitzt mir genau der Richtige gegenüber. Endlich mal. Nach 15 Podcasts. Da haben wir nämlich hingeworfen bekommen, werden Menschen immer intoleranter auf den Straßen? Hände hoch, ja. Also ich. Ich spiere nicht für alle. Nein, das werden alle. Das werden alle. Das ist aber nicht nur im Straßenverkehr. Wir haben jede Form von Gesellschaft entwickelt sich ständig in irgendwelche Richtungen. Und bei uns ist es nun mal so in den letzten beobachteten 30 Jahren, dass es immer mehr in Richtung, ich bin mir selbst erstmal der Nächste. Und Gewaltbereitschaft, nicht nur im Straßenverkehr, auch so. Das ist unübersehbar. Auch die Art der Gewalt hat sich verändert. Als ich noch Sandkistenrocker war, da haben wir uns andauernd mal geprügelt. Und dann gab es... Wenn einer zu blöd war oder so, hat er einen auf die Nase bekommen und dann war gut. Aber diese Fightkultur hat sich verändert. Also ich möchte heute auf dem Gieß nicht mehr in irgendeine Schlägerei geraten. Weil alle sind bewaffnet. Gut, es gibt zwar diese Waffenverbotszone aus gehupen Grund. Und die Bereitschaft da, Leute wirklich dauerhaft zu schädigen oder sogar damit das in Kauf zu nehmen, dass sie das nicht überleben. Die ist bei vielen arg hoch. Denke ich auch. Möchte aber trotzdem an dieser Stelle sagen, meine Intoleranz bezieht sich in dem Falle ohne Scheiß wirklich nur auf diesen Straßenverkehr und auf dieses... Ich weiß, dann heißt es wieder, ah ja, gut Mensch und was weiß ich nicht alles und hält sich wunderbar an alles, was der Staat so vorgibt. Aber die Straßenverkehrsregeln, ich will nicht sagen, sie sind mehr heilig. Aber das sind so Dinge, weil es für mich diese kleinste gemeinsame Begegnung ist, die wir alle gemeinsam haben. Da sage ich einfach, benimm dich doch so, dass jeder einfach wunderbar durchkommt. Und da ist auch dieses Nichtblinken für mich einfach diese Hassparade. Und um das nochmal klarzustellen, alles andere im Zwischenmenschlichen ist noch eine ganz, ganz andere Nummer. Da bin ich mit Sicherheit ein sehr toleranter Mensch. Also wenn ich so einen Blinkmuffel irgendwie akustisch zu fassen kriege, dann frage ich ihn immer nur, wollten sie Strom sparen? Auch gut. Also nur das, ich möchte das trennen, wirklich strikt voneinander trennen. Ja, das ist zu spät. Das hängt es im Brunnen. Ich bin das Kind, was in den Brunnen gefallen ist, genau. Irgendwas wollte ich dazu noch absondern. Fällt dir später nochmal ein, sorry fürs reinquatschen. Ja, dann nehmen wir gleich den... Aber wenn wir natürlich ursprünglich auch wieder auf unser Fahrschulthema irgendwie zurückkommen, hat das dann auch Auswirkungen auf den zukünftigen Fahrschüler. Den Stress hat er sowieso schon in einer Großstadt wie Hamburg, dass da einfach viele Schilder stehen, viel Verkehr ist, Rushhour noch schlimmer, von Ampel zu Ampel hoppeln, schon mal doof. In der Fahrschule gegenüber zum Beispiel bin ich persönlich sehr tolerant, weil ich einfach sage, Mensch, ich sehe es ja, sind ja immer irgendwie gekennzeichnet. Das kriege ich schon ziemlich gut auf die Schnur. Was ich wieder nicht auf die Schnur kriege, ist, wenn der Fahrlehrer ohne Fahrschüler fährt und der kann dann nicht blinken. Da sage ich mir immer, warum? Du müsstest es am allerbesten können. Und das geht mir auf den Sack. So, Schluss. Reicht. Wir können ja mal eine Blinkmuffel-Sondersendung für dich machen. Das reicht mit Blinkmuffel nicht aus. Wenigstens habe ich ein paar Zustimmer da draußen, das habe ich aus den letzten Kommentaren schon gesehen. Das reicht mir dann auch schon. Weißt du, so einer, der noch neben mir steht, dann ist gut. Ich will dir der grundsätzlich überhaupt nicht widersprechen, ich finde es auch scheiße. Aber du kannst durchatmen, ich kann es nicht. Ja, also gut. Aber für den zukünftigen Fahrschüler, du hast ja diese Verkehrsdichte genannt, das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer heutzutage. Die Konzentration in einer Stadt, im Gegensatz zu der Überlandfahrt, zu der Autobahn, glaube ich, das geht heutzutage auch. Es ist eben, ich sage es nochmal, gerade in der vollen Stadt, ist Autofahren oder auch Motorradfahren einfach Stress. Ja. Und es macht auch keinen Spaß. Wenn du gestresst bist und dann vielleicht auch noch irgendwas anderes um dich herum gerade nicht gut gelaufen ist. Und jetzt kommt da noch so einer und nimmt dir die Vorfahrt oder blinkt nicht, stell dir vor, der blinkt nicht. Habe ich gehört, so scheiße sein. Alter, dann gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Kenne ich auch noch einen. Also die Jungs hole ich raus dann. Ja, krass. Genau. Sehr schön. Danke. Ja, dann. Wo wollten wir hin? Ich wusste, dass das heute geil wird. Vor allem, vor uns haben wir noch festgestellt, Kai sagte, er ist ziemlich müde, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt ein bisschen rausgeholt. Ja, ja, irgendwie geht das mit dir. Also irgendwie kriegst du. Du musst nur was sagen, was dir nicht passt und schon geht's los. Genau. Aber weißt du, ich bin relativ tolerant. Relativ. Relativ ist auch geil, ne? Dieses Wort ist so super. Okay, okay. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Du regst mich nicht auf. Du nicht! Genau. Ja, genau. Ich muss einfach mal hier die Lautstärke runterregeln von dem Ding. Und dann steht hier noch, was ist mit den Vorurteilen? Das ist auch was so in Richtung, nee, geht nicht nur in Richtung Neuführerschein-Vorurteile. Immer die jungen Raser oder immer die Rentner. haben wir ja eigentlich schon aufgeschrieben. Gut, die Raser, ja, jetzt sind wir auch wieder bei Autos, das ist ein Gesellschaftsproblem, sage ich einfach. Ähm, das ist schwer in den Griff zu kriegen. Die Jungs sind bis unters Dach voll Testosteron und wollen was erleben und sich in ihrer Gruppe gut hinstellen. Und wenn solche Leute aufeinandertreffen, gemeinschaftlich, dann kann das nur schief gehen. Das wird es wahrscheinlich mal geben. Ja, da mit Appell an die Vernunft oder so wirst du da nicht viel werden. Und ich denke auch nicht, dass es zwingend eine Frage des Alters ist. Auch einer, der, was weiß ich, U40, U50 ist und sich ein großes, fettes, PS-starkes Auto leisten kann, der wird da auch ab und an mal sich rausfordern lassen, so nenne ich es mal. Ja, aber dass jetzt, ich sag mal, in einer Horde irgendwie welche auftauchen. Das sind dann wahrscheinlich, ne? Ja, oder immer die Rentner. Ja, also, das... Das kommt wieder ein Vorurteil, was auch. Da sind wir dann beim Parken. Aber was ich glaube, was heute ein allgemeines Problem ist, und natürlich bezieht sich das auf Autos, dass viele, die kaufen sich auch sehr, sehr große Autos, hier SUV und was weiß ich nicht alles, die kommen aber mit den Ausmaßen nicht klar. Und das beobachte ich egal, ob da eine Frau drin sitzt, ein Rentner oder ein Middle-Ager oder wie man das heutzutage auch nennt. Wenn ich sehe, wie viele beim Rechts- oder Linksabbiegen ausholen, als hätten sie ein LKW, obwohl auch da ein Lenkrad drin ist, was man weit drehen kann. Mit zwei Anhängern. Ja, genau. Da denke ich mir immer, Leute, warum wisst ihr nicht, wie eure Karre funktioniert? Und das sind so Dinge, da ist eher das fahrerische Unvermögen an dieser Stelle oder das Klarkommen mit der Größe des Fahrzeugs. Das fehlt dann. Das ist auch egal. Wen das betrifft. Ich glaube, viele kaufen sich auch lieber ein großes Auto, weil sie sich dann besser geschützt fühlen. Wahrscheinlich. Und dann ist das aber kein gutes Zusammenspiel mit deren Vermögen, die Größe einzuschätzen, abzuschätzen, wie viel Platz brauche ich wirklich. Aber da ist es mir auch egal. Also da sitzen alle drin. Das trifft auf jeden zu. Ja, aber bei den Rentnern ist es ja, glaube ich, dafür sieht man das zu häufig. Also ich erlebe es auch so häufig, dass es eben, daran liegt, dass, da gibt es auch eine sehr schöne Folge von, ah, wie heißt die Autowerkstatt noch? Sind das die Schrauberprofis? Das weiß ich nicht. Die Jungs aus Köln. Genau. Egal. Da kommt ein Rentner immer wieder an. Alle drei Wochen ist eine Kupplung im Arsch. Und dann haben sie sich gefragt, war das hier bei mir? Erstmal so ein Materialfehler. Und dann kam er noch mal wieder an. Komm, jetzt fahren wir mal zusammen. Wie fahren Sie so? Und der Junge war eigentlich taub. Und der ist angefahren im roten Drehzahlbereich. Also sofort zwei in die Kupplung. Und dass die nach drei Wochen mau ist. Ja, und dann war es auch mit dem Fahren selbst wohl sehr kritisch. Und am Ende der Geschichte haben sie sich ihm tatsächlich nahegelegt, es doch mal jetzt mit dem Auto fahren zu lassen. Ah, okay. Wie alt war der Mensch, weißt du das? Sehr alt. Okay. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, hoffe ich, damit will ich nicht danach rufen, das wäre jetzt dein Part, dass man, sag ich mal, ab 60. Weil ich denke, dass es da auch noch mehr als genug gibt, die das wunderbar können. Also da würde ich auch niemals alle über einen Kamm scheren. Und ich glaube aber auch... Nein, ich wollte nicht darauf hinaus, dass man ab 60 seinen Führerschein abgeben... Ach so, okay, das dachte ich jetzt. Nein, sondern dass mal so ein Check gemacht wird. Kann da überhaupt noch sehen, wenn niemand auf der Straße läuft oder... Oder... Okay. Ah, witzig. Sehr gut. Polizei war auch noch ein Thema, richtig? Ja, die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich habe das so mehrmals 20 Jahre, das ist ungefähr, der Spruch kommt daher, weil, komm hier Freundchen, dir würde ich helfen. Ah. Ja. Und da habe ich wirklich... Bist du positiv umgedreht, oder was? Ich habe wirklich sehr ambivalente Erfahrungen gemacht. Da waren aber die Beamten gar nicht unbedingt dran schuld. Oder doch, also früher, ich war in vielen Punk-Konzerten. Und da war es halt, weil in Hamburg war es halt so, oder in Deutschland ist es so gewesen, dass Punks und Skins sich nicht wirklich riechen konnten. Im Gegensatz zu zum Beispiel England, wo die Skins nicht rechtsorientiert sind. Und dann, meistens waren die größeren Punk-Konzerte in der Fabrik und auch in meiner Markthalle. Und in der Fabrik habe ich es mehrfach erlebt, dass irgendwelche Skin-Kommandos nur zum Aufmischen gekommen sind. Das waren dann so Scharmützel mit 20, 30 Leuten. Und dann hat es auch nicht länger gedauert, dann kam die Trachtengruppe und hat auch gleich einen Transportwagen dabei gehabt, eine Wanne. Und die haben dann immer Punks eingesammelt. Die Skins konnten gehen. Die Punks haben sie in ihren Transporter, haben die irgendwo vor Hamburg rausgelassen, wo keine Bahn, kein Bus, erst mal nichts fuhr und das war es. Okay. Ja, und das fand ich eigentlich nicht witzig, weil die Aggression waren die Skins. Ein einziges Mal ist es aus dem Ruder gelaufen, auch wenn ich jetzt schon wieder vom Moped fahren völlig abweiche. Aber es sind halt so Erlebnisse, die auch prägen. In der Markthalle ist es mal aus dem Ruder gelaufen. Es war ein Toy-Dolls-Konzert. Und die Toy-Dolls ist eine Englische Punk-Band, die in England aber sowohl bei Skins als auch bei Punks beliebt ist. Das kommt öfter mal vor. Und die Markthalle ist aber ein bisschen vom Ausgang her blöd, aber egal, es führt alles viel zu weit. Und es gab eine derartige Riesenschlägerei, weil ähnlich viele Skins wie Punks da waren. Und ja, ich war halt auch dabei. Und plötzlich, so ein Kiffertyp eher, so einen alten Parker hatte der an, so lange, fettige Haare. Der dreht sich plötzlich so ein bisschen zur Seite, holt ein Funkgerät raus. Und sagt, ja, was ich beurteilen kann, sind die Skins hier eindeutig mal wieder der Aggressor, würde entsprechend vorgehen. So, und da war es mal andersrum. Aber das war so schlimm, ich glaube, es gab 70 nicht ganz leicht Verletzte. Alles war voll mit, also Tatütatase aller Variationen. Das war eine Katastrophe. Gut. Auf den Straßenverkehr bezogen, Polizei. Ja. Hast du da negative, positive, was auch immer? Ja, aber da konnten die nichts für. Ich habe mal das Auto von meiner Freundin bei ihrer Mutter abgeholt, das stand da noch. So, um da hinzukommen, musste ich praktisch quer durch die Stadt. Und zwei Kumpels wollten sowieso in die Richtung Moped fahren, mich bei denen drauf mit. Der eine Kfz-Meister. Und ich wollte das Auto abholen, weil es zum TÜV musste. So, und dann haben wir kurz geguckt und haben eben auch geguckt, rastet Lenkradschloss ein und so. Und das sind die TÜV-relevanten Sachen, die Fahrradtür hing. Ja, so, alles klar. Dann frage ich mal los. So, wir waren Sonntagvormittag, ganz gemütlich auf dem Weg nach Hause, so ein alter Fort Taunus. Da kommt mir plötzlich ein Polizeiwagen entgegen. Riema, Riema, Riema. Und pfff, an mir vorbei. Ich dachte, oh Herr, die haben es aber eilig. Ja, ich biege ab auf die Hauptstraße, bin gerade so 100 Meter gefahren, stehe an der Ampel, kommt von hinten schon wieder Riema, Riema. Denkt sich mal, könnt ihr euch mal entscheiden, in welche Richtung ihr wollt, ne? In deine. Der, Rockford-mäßig, an meinem Auto vorbei, quer vor mir angehalten, der Beifahrer, sprang raus, Wumme in der Hand. Okay. Aussteigen, sofort aussteigen. Äh, der andere lief so rum und stellte sich vor die Tür genauso. Ich dachte, was? Und ich, Idiot, ich bin wirklich so blöd gewesen, hab noch gedacht, ja, ja, so scheiße sind die Papiere im Handschuh, was? Boah. Finger weg! Aussteigen! Okay. Ja, äh, was war? In der Gegend, es war so Volksdorf, äh, da oben, Meindorf, ähm, da war eine Autoknackerbande unterwegs. Seit länglicherer Zeit und die hatten dummerweise schon einen Polizisten erschossen. Oder umgelegt, ich hab's ihnen erschossen, weiß nicht, das ist mir nur zu umgekommen. Und jetzt hat eine Nachbarin gesehen, dass das Auto der Tochter, ihre Nachbarin wiederum, äh, von einem, von komischen Typen bei euch wird und da wird am Lenkrad rumgefummelt. Und dann hat sie die Polizei gerufen und die haben gesagt, ja, jetzt haben wir die, ne? Jo, das war nicht so witzig, sowas ähnliches mir in der Firma nochmal passiert, als nachts die Alarmanlage losging, als ich noch am Arbeiten war. Aber das ist noch eine andere Geschichte, genug davon. Nein, also ich zieh meinen Hut vor denen, die haben echt einen Scheißjob. Weil sich das Bild in der Gesellschaft leider gewandelt hat, vor allem sag ich mal Respektspersonen, die früher manchmal aber auch etwas übertrieben noch agiert haben. Mag sein, wird's den einen oder anderen vielleicht auch heute noch geben. Ja, ähm, hin zu, ja, hm. Der Doli für alles. Ja, so ungefähr. Ja, alles klar. Und das ist scheiße. Ja, das stimmt. Also ich hatte tatsächlich verkehrstechnisch mit der Polizei tatsächlich insofern noch nichts zu tun, das stimmt nicht ganz. Aber dass man mich jetzt, egal ob mit dem Motorrad oder Auto, irgendwie angehalten hätte, weil es gab zwei Situationen und die waren auch berechtigt, alles gut. Aber ansonsten, auch diese Nummer, die ich sehr häufig auf der Straße sehe, dass da irgendwo ein Polizeifahrzeug fährt. Und nochmal, ich fahre jeden Tag 60 Kilometer einfach Autobahn, da sieht man ab und an mal ein bisschen was. und dieses, egal wer da von hinten angeblasen kommt und dann sieht man ein Polizeifahrzeug plötzlich, der wird gebremst, der wird hektisch, perfekt gefahren oder sonst irgendwas, wo ich mir sage, hey, das sind auch Polizisten. Da kann ich, ich kann die auch überholen, das geht tatsächlich, man glaubt es kaum, selbst auf der Landstraße. Wenn ich meine 100 fahre, kann ich ein Polizeifahrzeug überholen. Und da rasten manche im Kopf einfach irgendwie aus, als wäre das etwas Unantastbares. Das ist für mich immer so ein Phänomen, ganz, ganz komisch. Ist tatsächlich so, da gibt es ganz viele Fanden, die fahren nicht dran vorbei. Richtig, aber ansonsten, also hatte ich da einmal einen sehr, sehr seltsamen Vorfall, aber den will ich hier gar nicht mitteilen. Und den anderen, ja, da hat man mich beim Rechtsüberholen erwischt und das zurecht. Punkt. Das hattest du schon mal kurz. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja, ja. Richtig, genau. Nein, das ist ein Fägen. Richtig. Ja. Also, die Straßen sind voll, es gibt eine Menge intolerante Menschen da draußen, einer hat ein blaues T-Shirt an und sitzt in diesem Podcast. Und es macht es auf jeden Fall den Fahranfängern da draußen mit Sicherheit nicht leicht. Plus der technische Wandel, den es heute natürlich auch noch gibt und der dann für eine ganze Menge Ablenkung sorgt. Egal wann und auch der macht es einem nicht leicht. Ja, aber auch wenn die Leute jetzt mal in der Großstadt aufwachsen, was du gesagt hast, mit vielen Verkehrszeichen, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Aber ich überlege mal so, früher sind die Jungs ja noch so als Jungs auch erzogen worden, mit Autospielen und so was. Und wenn wir einen Go-Kart, so kleinen Kettkauer fahren, die waren natürlich fahrphysikalisch vorbelastet. Ja, also die wussten, was passiert, wenn ich das Lenkrad in die Richtung, oder wenn ich irgendwo so abschneide. Aber ich glaube, diese Prägung gibt es heute, du kannst ja heute, es gibt keinen Go-Kart mehr, wo du treten musst. Heutzutage gibt es das natürlich mit Elektroantrieb, aber solche Dinge gibt es schon auch. Gut, aber ich glaube, die Mädels fahrt ihr auch. Das ist ja das Schöne, dass diese Rollenverteilung, also nicht überall und auch nicht immer, aber dass das nicht mehr so dieser Zwingende, die Mädels müssen mit Puppen spielen. Nee, ganz im Gegenteil, richtig. Aber ich denke, auch diese Prägung, weil das Automobil oder auch das Motorrad in der Allgemeinbevölkerung so, ja, es ist da, weil man es braucht, um irgendwo hinzukommen, aber nicht mehr dieses, oh wie geil. Ja, wahrscheinlich nicht, das ist so. Oder man schafft sich dieses Motorrad deutlich später an, da ist man auch schon jahrelang vielleicht Auto gefahren. Gibt ja immer wieder die, die auch im hohen Alter, in Anführungszeichen, noch den Motorradführerschein machen. Und wenn du die Erfahrung dann aus dem Autostraßenverkehr schon mitbringst, tut es sich ja auch deutlich leichter. Ja, auf jeden Fall. Da sind dann die, ja, die Kinder sind aus dem Haus. Ja, genau. Haus ist abbezahlt, was weiß ich. Genau. Mensch, trotzdem, aufwühlend. Ja, Entschuldigung für meinen Ausflug in die Musikszenen oder so. Das waren so, dann war ich halt noch relativ jung oder sehr jung. Das sind so Sachen, die auch geprägt werden in der Meinung, zumindest für eine Zeit. Auf jeden Fall. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja, dann haben wir das, ne? Ich denke auch. Gut. Hast du noch unnützes Wissen? Ich habe noch unnützes Wissen und ich habe auch noch was zum Buchstaben. Oh, wir fangen mit dem unnützen Wissen an. Ich habe sogar zwei, weil ich diese Begrifflichkeiten kannte. Wir hatten ja in der allerersten Folge das Thema Grüßen. Und es gibt doch tatsächlich eben auch so Phrasen oder Bezeichnungen für Größer oder nicht Größer oder wie Größer, wie grüßen die denn? Und es gibt den, Achtung, Augenzwinkerer unter den Größern. Aha. Kuss auf. Und ich fand das nicht schlecht. Wo hast du das denn ausgegraben? Ganz geheime Webseite. Die Augenzwinkerer, unsicher. Die beiden Hände fest am Lenker geklammert, vollauf beschäftigt mit Gas, Bremse und Kupplung. Versuchen sie durch kräftiges Augenzwinkern das Grüßen zu erwidern. Sehr Mutige spreizen auch mal den ganzen kleinen Finger vom Lenker ab und freuen sich dann wie die Schneekönige über die geglückte Aktion. Aber geil finde ich wirklich. Weißt du, getöntes Visier und dann diesen hier machen. Geil, das hat mir einfach nur gefallen. Das hat mir einfach nur gefallen. So, und dann gibt es auch noch den Grund, warum, pauschalisiert, Goldwing-Fahrer nicht grüßen. Laut Honda-Fahrerhandbuch darf er den Lenker erst loslassen, wenn das Motorrad steht, der Zündschlüssel abgezogen, der Hauptständer herausgeklappt, alle Töpfe vom Herz sind und das Radio ausgeschaltet ist. Und den Zündschlüssel, den muss er mit dem Mund ziehen. Weißt du, ich fand es witzig, ich fand es witzig. Ja, also richtig sinnlos. Der Zwinker, ja. Super. Das dazu. Ja, das schnellste Wheelie auf einen Kilometer, das hat der Eckbert van Pappte, heißt er glaube ich, gemacht. Der hat es auf 343,388, um es genau zu sagen, Stundenkilometer gebracht. Mit irgendeinem Monster-Moped. Das schaffen hier manche auf zwei Rädern nicht. Die meisten nicht. Ja. Okay. Muss man nicht wissen, kann man wissen. Ist egal. Ist ja immer wieder witzig, ja. So, Buchstabe O haben wir. O haben wir. Ja, ich habe einfach mal den Begriff Oldtimer genommen. Und zwar aus dem Grunde, weil ich, habe ich ja auch mehrfach schon erwähnt, auf der Suche nach einem Zweitmotorrad bin und immer, wenn ich dann irgendwelche gebrauchten Motorradportale durchstöbere, die Baujahre, die mir dann da begegnen, bedeuten ja dann auch oftmals, ach Mensch, du, oder es steht auch in der Beschreibung dann eben drin, Mensch, hier Oldtimer-Kennzeichen möglich und sowas. Und da wollte ich einfach mal wissen, was heißt denn das nochmal ganz genau? Älter als 30. Genau. Also mit 30 Jahren wird dann eben so ein Fahrzeug zum Oldtimer. Und dass man, wenn man dieses sehr Bekannte, was ja vielem auf den Straßen schon begegnet, ist dieses H-Kennzeichen haben möchte. Und übrigens H steht nicht für hysterisch, sondern für historisch. Wenn man das haben möchte, muss man dann eben beim Zulassen des Fahrzeugs auch ein Oldtimer-Gutachten vorlegen. In Hannover kriegt das übrigens jeder. Respekt. Alles klar, habe ich verstanden. Gut. Entschuldige. Nee, da ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich bin ein Freund von Wortspiel. Und geil fand ich diesen Ausdruck, ein Oldtimer-Gutachten nach Paragraf 23 STVZO bestätigt Ihnen, dass Ihr Kfz der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dient. Geiler Ausdruck. Von hier richtig super. Und dass es dann eben darum geht, dass eben so ein Fahrzeug entweder restauriert ist, also auf jeden Fall in einem sehr, sehr guten, originalgetreuen Zustand. In den meisten Fällen. Da muss ich widersprechen. Oder einem dem damaligen Zeitgeist entsprechenden, veränderten Zustand. Ja, ja. Das ist möglich. Also so ein Manta mit Ofenrohr hinten und so. Das geht. Das geht, genau. Also es ist ja so, dass dieser Prüfer dann, wenn es dann soweit ist, dieser Sachverständige den Erhaltungspflege- und Originalzustand prüft. Und im Endeffekt muss der dann natürlich auch abwägen, ob das okay ist. Aber fand ich mal ganz interessant, weil es dann eben beim, ja, oder im Gebrauchtfahrzeugmarkt dann mit, also mir mittlerweile immer mehr begegnet, dass ich eben 30 Jahre alte Fahrzeuge finde. Und dann kommt dieses Wort Oldtimer halt öfter mal vor. Ja. Ja. Oh, wie Oldtimer. Sehr schön. Ich hatte eigentlich einen anderen geplant, aber aus Christentum in dieser Zeit, aus gegebenem Anlass. Nein. Am Wochenende habe ich tatsächlich wieder jemanden gefragt, sag mal Kai, wenn die Ölkontrollleuchte angeht, wie weit kann ich da noch fahren, bevor ich wirklich Öl nachkippen muss, weil ich habe ja nicht immer was dabei. Ja. Was für ein Moped hast du so? Sag ich, du hast doch eine Öldruckkontrollleuchte. Wie? Ja. Das ist eine, die geht normalerweise an, wenn der Motor aus ist und wenn ich ihn anschmeißt, dann dauert das einen kleinen Moment, dann geht sie aus. Dann geht sie aus. Ja, ja, wenn ich ausmache, geht sie wieder an. Äh, fahr mal gar nicht mehr. Weißt du, dass ich meine Öldruckkontrollleuchte habe ich in anderen Videos auch schon mal gesagt habe. Aber es scheinen so viele Mist zu verstehen und es wird einfach nicht, von den Händlern nicht richtig weitergegeben. Diese Kontrollleuchte ist dafür da, um zu kontrollieren, ob deine Ölpumpe Öl in den Zylinderkopf pumpt. Und das ist lebensnotwendig für den Motor. Und wenn dann nichts kommt, wenn dann nur Luft kommt, ist dein Motor in Nullkommanix. Fritte. Und das, nochmal wieder eine Allgemeinheit. Ach so, und es wird oftmals diese Kontrollleuchte wahrgenommen, als ich hier habe zu wenig Öl in meinem Vorrat. Ja, kipp mal langsam Öl. Ja, okay, jetzt habe ich es schon. Okay, alles klar. Ich dachte ja eigentlich, dass du einen anderen Begriff willst, über den wir uns am Telefon ganz kurz unterhalten hatten, im Vorfeld. Ja, den hatte ich auch erst, dann habe ich aber noch. Okay, und ich widmete diesem doch sehr wunderbaren Bauteil einen kleinen Vierteiler und den trage ich jetzt hier mal vor und dann kannst du ja nochmal sagen, worum es geht. Da gibt es dieses kleine Teil und keiner drauf verzichtet. Das Teil, das tut es Goethe gleich. Das kleine Teil, das dichtet. Sehr schön, sehr schön. Ja, der O-Ring. Der O-Ring, genau so ist es. Das war doch ein herrlicher Schlusswort. Das denke ich auch. Hier der Poet und so, kleinen extra Applaus. Nee, brauche ich nicht. Das macht man nicht so, wie man macht man Porthy-Slam. Komm mal gucken, was kommt der nach dem O-P, ne? Ja. Ja, mal gucken, was du da findest. Pervers. Penis. Er hat Penis gesagt, oh mein Gott. Du sag. Ja, gut. Tschüss. Ja, tschüss. I'm going down to the river Baby, by and by Going down to the river And there's a reason why Because the river is the world And mystery done gone dry And mystery done gone dry